Baobab-Pulver – gesund abnehmen mit dem Affenbrotbaum Die Frucht des Baobab, dem afrikanischen Affenbrotbaum, ist schon seit Jahrhunderten fester Bestandteil der afrikanischen Volksmedizin. Das Pulver der Frucht ist reich an Vitaminen und Vitalstoffen und soll besser beim Abnehmen helfen als viele andere Wirkstoffe. Endlich gesund abnehmen mit Baobab-Pulver? Stimmt das wirklich? Das erwartet euch in diesem Video. Der afrikanische Baum des Lebens – das Fruchtpulver des Affenbrotbaumes. Deshalb ist Baobab so gesund. Baobab hilft beim Abnehmen. Weitere gesundheitliche Vorteile – Dosierung und Nebenwirkungen von Baobab und wo man Baobab erhält. Der afrikanische Baum des Lebens – was ist denn eigentlich Baobab? Der Affenbrotbaum wächst in den tropischen Gebieten Afrikas, den Komoren sowie Madagaskar, wird bis zu 30 Meter hoch und bis zu 3000 Jahre alt. Er wird von den Bewohnern der afrikanischen Savanne bereits seit vielen Jahrhunderten in der traditionellen Medizin verwendet und ihm werden viele heilende Eigenschaften zugeschrieben. Die Einheimischen ziehen nicht selten mit ihrem ganzen Stamm zu einem neuen Baum, wenn der alte Baobab stirbt. Die Früchte des Affenbrotbaums Die Früchte des Baobabbaums werden als frisches Obst oder als Nahrungsergänzungsmittel in Form von Pulver aus seinen getrockneten Früchten angeboten und verwendet. Sie weisen einen besonders hohen Anteil an wirksamen sekundären Pflanzenstoffen auf, die den Alterungsprozess verlangsamen, freie Radikale im Körper bekämpfen und entzündungshemmend wirken. Deshalb ist Baobab so gesund. Neben den sekundären Pflanzenstoffen bietet die Baobab-Frucht auch zahlreiche Vitamine, Mineralstoffe, Eisen, Kalium, doppelt so viel Calcium wie Kuhmilch und mehr Vitamin C als eine Orange. Somit wird das Immunsystem effektiv gestärkt und die Aufnahme von Eisen aus der Nahrung vereinfacht. Nur ein bis zwei Esslöffel des afrikanischen Fruchtpulvers decken den Tagesbedarf dieser Vitalstoffe ab, stärken euer Immunsystem, regen die Darmtätigkeit an und stärken Muskeln und Nerven. Baobab hilft beim Abnehmen Heutzutage haben viele Menschen das Problem, dass sie kaum hochwertige Ballaststoffquellen wie Obst, Gemüse und Vollwertprodukte verzehren und stattdessen eher auf Fastfood oder Fertiggerichte zurückgreifen. Aufgrund seines hohen Ballaststoffgehalts kann die Baobab-Frucht zu einer gesunden Ernährung beitragen, macht satt und gilt somit als Appetitzügler. Fast 50% der Frucht bestehen nämlich aus reinen Ballaststoffen. Somit enthält ein Esslöffel Baobab-Pulver bereits genauso viele Ballaststoffe wie eine Scheibe Vollkornbrot. Ein Esslöffel Baobab-Pulver enthält nur 12 Kalorien und 0 Gramm Fett und beugt so Heißhungerattacken optimal vor. Baobab macht nicht nur satt, sondern unterstützt auch den Magendarmtrakt durch wertvolle Ballaststoffe und seiner entzündungshemmenden Wirkung. So soll die regelmäßige Einnahme des Pulvers, wissenschaftlich bestätigt, gegen das Reizdarmsyndrom, Verstopfungen und anderen Beschwerden im Verdauungstrakt helfen. Und wer einen gesunden Darm hat, kann auch schneller abnehmen und sich über einen flachen Bauch ohne Blähungen freuen. Weitere gesundheitliche Vorteile von Baobab-Pulver Baobab hilft gegen Bakterien, Viren und oxidativen Stress. Baobab ist wohltuend für Magen, Darm und Leber. Baobab hilft gegen Diarrhoe, Geschwüre, Akne und Neurodermitis. Vitamin C und Zink sind ein Lieferant für die Wundheilung und reduzieren den Alterungsprozess der Haut. Baobab wird gegen Fieber, Schmerzen, Magendarmprobleme, Asthma und Malaria eingesetzt. Dosierung und Nebenwirkungen von Baobab-Pulver Während die Frucht selbst mit 200 Kalorien auf 100 Gramm relativ viele Kalorien hat und deshalb beim Abnehmen nicht sonderlich hilfreich ist, hat Baobab-Pulver lediglich 12 Kalorien pro Esslöffel. Zwei Löffel täglich reichen bereits aus, um das Heißhungergefühl nachhaltig zu mindern, schneller satt zu machen und Heißhungertanken zu vermeiden. Die Einnahme von Baobab wird allgemein als sicher angesehen. Allerdings ist wenig über die Nebenwirkungen bei Langzeitkonsum bekannt. Auch über die Sicherheit bei Schwangeren, stillenden Müttern und Kindern oder Menschen, die Medikamente einnehmen, gibt es momentan noch wenige Erkenntnisse. Wo man Baobab erhält Das gesunde Pulver in Bio-Qualität erhaltet ihr in Reformhäusern, Bioläden und in großer Auswahl im Internet. Beim Kauf solltet ihr immer darauf achten, dass der Reingehalt von Baobab möglichst groß ist. Ist das Pulver hochdosiert, hat es natürlich auch eine bessere Wirkung bei eurem Abnehmvorhaben. Außerdem solltet ihr darauf achten, dass das Pulver nicht wärmebehandelt wurde, denn das würde den Vitalstoffgehalt deutlich senken. Unser Tipp zum Schluss. Da Baobab empfindlich auf Hitze reagiert, solltet ihr es ausschließlich kalten oder abgekühlten Gerichten hinzufügen. Die perfekte Zeit für eine Mahlzeit mit dem afrikanischen Superpulver ist morgens und abends, denn dann kann es unser Organismus besonders gut verarbeiten. So, das war's für heute mit Baobabab-Pulver gesund abnehmen mit dem Affenbrotbaum. Vielen Dank für euer Interesse. Hat euch unser Video gefallen, dann abonniert doch einfach unseren Kanal, klickt im Anschluss auf die Glocke und ihr erhaltet immer die neuesten Videos von tropisch gesund. Also, bleibt jetzt alle tropisch gesund, bis zum nächsten Video, wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.